Warren hat uns geschrieben, gucken wir doch mal was er uns zu sagen hatte 8.13 Uhr Freut mich zu sehen, dass du Blackball nicht gesprengt hast, na gut, freut mich fast Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt, also kaufe ich die Tickets jetzt Du bist für das Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr Oh, nochmal, ich glaube noch ein paar Nachrichten Heute mal ohne Pogen Ja, der berühmte Schrank, wo wir uns versteckt haben Ja, war Niedlich Guten alten Zeiten wieder Portemonnaie Ah, okay, Rachel, Amber und unser Foto von dem Schmetterling Burger, Burger, Burger und ein paar Kondome Ja, da war die Welt noch unschuldiger als jetzt Für die beiden Gefi-Anlager Ich liebe diese Song Wieso generell jede musikalische Untermalung hier in diesem Spiel Sehr schön Sehr atmosphärisch Kann ich die Nachrichten auf diesem alten Laptop schauen? Gucken wir doch mal Oh, wenigstens haben wir noch nicht identifiziert Ja 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 Ich liebe diese Zeug-Report von gestern Vorfall Polizei und Feuerwehr reagieren auf einen Einbruch und einen Fall von Banalismus auf dem Campus der Black Hole Academy um 31 morgens Die Polizei hat noch keine Angaben zur möglichen Verdächtigen gemacht Vorfall Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up-All-Night-Donuts in der Nähe der Thank God, she's okay. I wonder when I can visit her. Yeah, there are no further information available at the time, so complicated. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Also, she informs us about our abilities. So, the joint. Okay. Ah, a handy. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Chloe, money. Now, I don't have your money yet. This is my last message. I'll get it. Now, you fucking whore. Ah, he wants to do it. Okay, let's do it. Time to put on your daily armor, Max. Ah, the armor of the everyday. Does she not have any? Open it. Okay. Time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Uh, okay. Uh. Okay. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Mhm. Mhm. Sie wollte es ja nicht anders. So, dann zieh dich mal an. Gucken, was sie sich ausgesucht hat. Ah, guck mal einer an. Caro-Hemd. Da kommen Erinnerungen hoch. Gibt's hier einen Spiegel? Ich muss ja noch ein Foto machen. So ein kleiner Spiegel. Okay. Hm. Nö. Okay. Ah. Vielleicht ein Bad. Oh mein Gott. Das riecht so großartig. Es ist wie, als wir Kinder hier waren. Chloe hat diese verdammte Pirate-Towel seitdem wir Kinder waren. Serious flashback. Bluejay, hallo. Keine Ahnung. That's the Bluebird I saved Monday in Joyce's room. Ah, Bluebird. Chloe never used to care when I borrowed her Toothbrush. Und dann? What's ironic is, I always hated it when Chloe used my Toothbrush. Sooo. Das hat mal keine Auswirkung. Sooo. Das hat mal keine Auswirkung. Mit dem Bluebird im Hintergrund. Mit dem Bluebird im Hintergrund. Tadadam. Oh, kommt keine Musik. Okay. Da ist noch ein Vogel. Aber auf so einem geschwungenen Bogen. Also nicht du. Ne. Ein anderer. Ah, ins Zimmer der Eltern kommen wir an diesem Mann. Ach ne, es war ja hier. Okay. Können wir nur ansehen. I'd better not go in there. David might be in bed. Ew. For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. Mal gucken, was für uns der Tag bringt. Booster? Ah, okay. Kennen wir schon. Arcadia Bay. Sooo. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss man ja neu laden. Joyce. Okay. Sie sich nicht wundert, dass wir jetzt einfach so auftauen. Ach so, kennen wir auch schon. Kennen wir schon. Kennen wir alles. Komm in die Garage schon rein? Nein. Hier liegt noch ein Flugblatt. This might be the one time these people are right. The end is now. Are you still ignoring his warnings? Did you feel the snow? Witness the eclipse? Was? Wild animals? What? Er sind Tiere gestorben? Okay, also die Apokalypse kommt. Okay, Tiere sterben. Hallo. Hallo? Das habe ich noch nicht gehört. Es sieht aus wie ein Messer. Äh, okay. Ja, war nichts, war nichts. Hallo, wo ist er? Oh, Vogel! Was, erschrecken? Äh, okay, schon wieder so ein Vogel. Wo kommen denn die ganzen Vögel immer her? Okay, ist er da? Bringt er uns auch noch nicht wirklich weiter? Flasche? Wahrscheinlich noch von gestern Abend. Die Independent. Vielleicht ist noch ein Freak Eclipse. Äh, Apocalypse Now. Äh, oder Soon. Hallo, Vogel. Hm. Okay, müssen wir erst das Fenster aufmachen. Öffnen? Ja, wahrscheinlich. Dann wird es nächste sein. So, jetzt aber raus hier. Ach, jetzt geht es ja von vorne los. Okay. Cornflakes. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. So, zweite Runde. Ja, kennen wir schon. Haben wir hier noch irgendwas, was wir uns angucken können? Fernseher, ne, alles normal. Na gut, dann. Tschüss, Vogel. Hat bestimmt auch wieder Auswirkung. Nö. Das ist man nicht. Okay. So, gut. Ich liebe es, dass sie immer den gleichen Refrigerator haben. Hallo, Joyce. Kann ich eigentlich... Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich eigentlich auch rausgehen? Schieb Tür öffnen. Äh. Okay. Hier geht es in die Garage. Hier ist die Schaukel. Ominous. Noch mehr Vögel. Okay. Noch ein Vogel. Oh, dead bird. Poor thing. Hier hinten ist nichts. Genau, da ist ja der Vogel, den wir gerettet haben. Ah, hier ist auch ein Regenbogen. Ah. Hat er also doch Auswirkungen. Dimm, 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 dimm. Kommt wieder nicht die Musik. Sehr schön. Auch diesen Vogel, beziehungsweise dieses Foto haben wir. Dann haben wir noch übrig, die amerikanische Flagge, eine Ameise und das Bild aus, ja, wahrscheinlich der Cantina. So, setzen wir uns noch mal kurz auf die Schaukel, entspannen noch mal kurz. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard, we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Tja, Matassa ist jetzt mit den toten Vögeln auf sich. Also die nächste... Der nächste Vorbote, vielleicht doch zur Apokalypse, also die wir ja schon gesehen haben, aber die anderen eben nicht. Erst der Schnee, dann die Sonnenfinsternis, jetzt tote Tiere, beziehungsweise ja, wir haben jetzt erstmal nur tote Vögel gesehen. Hm, alles komisch. Was wird wohl als nächstes passieren? Mal schauen, was uns der dritte Tag sonst noch so alles bringt. Wir unterhalten uns aber erstmal mit Joyce. Und werden dann hoffentlich erstmal frühstücken. So Gott will. Hallo, Joyce. Na, was wohl? Ja, na die werden ja wohl im Kühlschrank sein, oder? Achso, ich wollte kurz sagen, Eier sind nicht drinnen. Okay, so, dann. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you were Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield. Are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past five years? Doubt it. Um, did she really? Five years ago feels like a thousand now. And that makes me what? A century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila. A breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Okay. Frühstück fertig. Wakey, wakey, eggs and bakey. Ach, jetzt ein bisschen Eier und Speck. Das fände ich auch keck. Äh. Achso. Peanut butter. I'm glad that's creamy and not crunchy. Ja, ich lebe auch eher creamy als crunchy. Achso. Oh man. I don't want to be famous for this. Kennen wir ja schon. Und eine Vasa. I guess nobody waters the planet here. Bring those eggs and bake into my belly. Ich frage mich, wenn David Madsen aufgetaucht. Der bist ja eigentlich auch zur Schule. Wie wir. Äh. Was ist das für eine Uhrzeit? 9.45 Uhr. Sind wir schon fertig mit Essen? Okay. Ja, das stimmt. Uh, ich glaube nicht, ich kann rocken dieses Outfit wie Rachel. Du hast dein eigenes cooles Stil. Wow, Sir. Ich bin totaler Erinnerung der Tag. Ich bin froh. Ich bin totaler Erinnerung. Sie war froh, positiv, alles, was sie nicht heute. Und das war das letzte Mal, dass ich Chloe wirklich glücklich gesehen habe. Haben Sie eine Bedeutung? Es ist nicht immer über Sie. Chloe, bitte. Es ist zu früh, um zu starten zu spüren. Eat instead. Ich werde die Warden busy, während Sie in der Garage gehen. Jetzt stopt zu spüren, oder ich weiß, Sie sprechen über mich. Stopt zu sein, Mutter. Geh, ich kann nichts tun hier, ohne alle in meine Brüder zu kommen. Keine Ahnung kann mit dir schlafen, Chloe. Du fliehst aus der Handel wie das. Entschuldigung, ich muss die Bedeutung benutzen? Ja, bitte schlafen und schlafen, wenn du mich zurückkommst. Jetzt, wer ist verraten? Just listen zu dir. Keine Ahnung. Okay, also. Sherlock Caulfield. Hier ist auch eh nichts. Ist das Auto fertig? Hm. Ich weiß gar nicht, ob es beim letzten Mal auch schon fertig war. Ansehen. I bet David hat all of his surveillance secrets in his laptop. Yeah. Benutzen. Ist das bestimmt irgendwie ein Passwort? Ja. How about Stepdouche? Try again. I need more clues. Ach, ja. Okay, okay, okay. Wir suchen nach Hinweisen. Nothing. Okay. Foto von ihm? Wer nimmt denn seine Führerscheinnummer? Hm. Ja. Maybe this ID number might work. Aus... Aus seiner Ausweis-Nummer nimmt doch kein Mensch. Vorhänge schloss. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Ah, okay, jetzt hat er also als Vorsichtsmaßnahme gleich mal Vorhänge schloss. Da vorgemacht. Hier ist noch eins. Was sie meint, sie meint. Okay. So, in dem Schrank war ja eigentlich auch nichts, außer irgendwelche Vorräte, glaube ich, ne? Nothing to see here. Horned irgendwas. So, hier noch. Bilder. Hochzeitsbild. Chloe, I'm so happy you were born today. Thanks for bringing me into the family love Stepdad. Greetings from Arcadia Bay. Ja. Ah, ah, ah. Trophy. Ist da noch irgendwas dran? David has been dragging his head around since 2001. Jetzt sind wir die zweite... Oh, 2001. Ja. Okay, hier ist noch ein Buch. Gucken wir uns erst das an. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Coming back home with Veterans Guide. Ja. Daran haben wir so psychisch echten Knacks weg, wenn so... von der Armee zurückkommen? Ich denke nicht. Honk. Just married. So, hier ist nichts weiter. Ja, okay, Tür öffnen. Mach ich mal lieber nicht. So, hier haben wir noch was, ein Messer. To my field angel, keep your wings up. Alter Schwede. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Joyce might as well have wrote, let's get married. Was steht da? Es war eine Ehre sie, im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls Sie es vergessen haben sollten. Das Rezept im Diner. Ja. Eggs and Sausage, Toast and Kaffee. Come see us again. Ja. Haben wir ja zum Glück nur ein, zwei Passwörter zur Auswahl? Also Armee glaube ich irgendwie nicht. Privat, Familie. Fangen wir bei Familie an. Stiefvater. 2007 war das Band von den Eltern und das ist das Hochzeitdatum, glaube ich. Ja. Ja. Spoiler alert. Rachel hat definitiv mit Frank gehalten. Aber warum ist David wichtig? Ja, es ist nicht verkehrt. Hochzeitdatum zu benutzen, dann vergisst man es nicht. Hat Vorteile. Oh, beim ersten Mal. Krass. Äh, Rachel has been cutting... What? Achso, class all week. Frank and Rachel meet once again. Wir lesen es einfach mal. Profil von Rachel Rember. Äh, Rachel Rember. Rachel Ember. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei. Fall Nummer 678. Berichten der Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Ember 18 wurde um 14.35 Uhr in der Blackwater Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Metzen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtet, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamter wurde gerufen, Mrs. Ember zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden, siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Hm. Rachel, ach so, ja. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Trauen niemals Erwachsene mit einem Spitzparte. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche? Drogen? Was? Versuchte mit Kate über die Party zu reden, sie war verärgert und Flo schuldig. Ja. Knast. Todesstrafe. Okay. Das brauche ich mir nicht durchlesen. Das ist unser Stundenplan und unser Gesicht und unser Ausweis. Okay. Warum hat er ein Profil bei uns angelegt? Ich hätte besser Chloe über das jetzt erzählen. Es ist nur eine andere Sache, die sie schuldig machen. Und schuldig. Hm. Das ist strange, dass er irgendwas über uns hat. Oh, Taylor. Mx wollte nur Danke sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Wir haben alle gesehen, wie sehr du dich für Kate eingesetzt hast, als es sonst niemand hat. Danke, Taylor. Ich weiß, du hast ein gutes Herz. Wenn du zur Party kommst, würde ich dich gerne aufstylen, wenn du willst. Wenn ich gehen sollte, wäre eine Überarbeitung à la Taylor. Klasse. Bis bald. Okay. Also, wenn wir zur End-of-the-World-Party gehen sollten, können wir auch noch zu Taylor gehen vorher. Oh. Wo kommt der denn jetzt her? Nice breakfast. David. You're back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC-bullshit colleges. Entitled students, taken over the campus. Do you know for sure it was Black Whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. You know. You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides getting in trouble? You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Uh-oh. You're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe? Chloe, for once. Just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Ah. Let's say in this case, he's still guilty. Well, he probably won't talk with us. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Hmm. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Yeah. Yeah, Joyce is, uh, so... ...die... ...gute seedle zwischen... ...Yin and Young... ...hier, zwischen den beiden Parteien. Ach, ja... ...da is der David Madsen jetzt... ...raus... ...aus dem Haus. So, ich denke mal... ...ja... ...wir können noch mit Chloe quatschen... ...und dann... ...geht's wieder zurück. Zur Schule. Wahrscheinlich. Ich denke mal. Ich denke mal. ...as du mir eigentlich... ...herber